Hallo zusammen! Heute schnell aus einer anderen Perspektive. Ich wollte euch einfach schnell Tschüss sagen, weil, wie ihr es vielleicht im Titel gesehen habt, ich habe endlich, endlich Ferien und morgen geht es los, zweieinhalb Wochen auf Italien. Und ich bin euch auch noch eine Sorry schuldig, weil ich hatte wirklich, wirklich vor, euch noch 1-2 Videos hochladen, die letzte Zeit. Aber es ist einfach nicht reingelegt, ich hatte so viel Stress bei der Arbeit und auch sonst war viel los. Und ja, es hätte es einfach nicht gebraucht. Sorry für das, aber ich verspreche euch, wenn ich zurück bin, werdet noch ganz viele Videos folgen. Ich habe noch sehr viele Sachen aus deutschen Shops und den USA, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich werde mein Dufti-Juni zusammen mit meinem Dufti-Juli zusammen abfilmen. Und es kommt dann sicher auch noch mein Sammlungsvideo. Also ich bin nicht ganz weg vom Bildschirm. Aber ja, die nächsten zweieinhalb Wochen werde ich nur sehr selten Zugang haben ins Internet. Also wenn wir in dem Einkaufszentrum sind in unserer Nähe. Ich werde dann schon schnell reinschauen. Aber ja, ihr werdet sicher nichts von mir hören. Ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit. Hebt euch Sorge. Ich hoffe, ihr werdet wunderschön sonniges Wetter haben. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und tschüss zusammen. Mäh! Mäh!